hallo zusammen da sind wir wieder und wir lassen direkt mal weiter laufen ich hoffe meine maus sieht man diesmal wenn nicht mein gott dann versuche ich das noch mal einzustellen so tragisch ist es jetzt ja nun dann auch nicht ich weiß gar nicht was ich jetzt machen wollte das ist jetzt ein paar tage schon her nachdem ich das letzte mal aufgenommen die kartoffeln gehen bisschen fleisch haben wir essen naja geht so imperator schön am putzen das ist gut aber mal ehrlich was sollten wir machen haben wir schon früher immer noch winter aber ich sehe gar kein schnee das haben wir auch erledigt ich wollte irgendwas machen ach so wir brauchen definitiv hier noch lampen weil sonst beschweren die sich dass sie im dunkeln flachen und da schön in jedem raum der lampe hier am besten zwei sie beschweren sich nämlich immer gerne mal dass sie im dunkel sitzen stehen wie auch immer so haben wir überhaupt ich weiß nicht wir brauchen ja wir brauchen dringend noch mehr hier unten haben wir doch direkt vor der haustür das ist gut dazu machen wir wieder die befehle abbauen linke maustaste gedrückt halten so wenn aber hier kannst du das noch machst das jetzt habe ich schnell pause und weiter manchmal machen die so wie jetzt einfach abhauen das geht nicht immer noch nicht ein bisschen was brauchen wir schon noch hier brauchen wir einige lampen langsam brauchen wir auch mal so einen schneider der einfach mal gucken was wir da gleich werden würden wir da gleich für nehmen können so das hätten wir ach so ist ja eins ist der will schlafen gehen da komm dann lassen wir ihn mal schlafen gehen ja eine lampe steht hier schon natürlich haben die anderen da nichts von imperator ach ja ihn habe ich reiniger ja das muss auch sein obwohl er es nicht reinigt sondern jetzt macht das das muss mal alles ein bisschen sauber ich mag das überhaupt nicht wenn das hier so boah oh ich glaube es schneit oder ist es Regen ne leichter Schneefall ich weiß nicht ob man es sehen kann aber es kann auch Schneeregen sein jetzt da sind die lampen jetzt an da auch die andere seite super jetzt fehlt hier nur noch eine so und es werde Licht auffüllen wieder eine Forschung abgeschlossen wie gesagt ich mache jetzt einfach alles von oben nach unten und dann werden wir sehen ach Mensch das ist aber der Schneidertisch welche Aufgaben das wird bald das Frühjahr kommen und wir nehmen erstmal fünf T-Shirts wenn wir denn Felle haben wir nicht genug oh doch anscheinend doch sonst würde sie es nicht machen ja lassen wir sie einfach mal wir haben jemand neues ein Wanderer bleibt und er hat endlich eine Schusswaffe und er hat endlich eine Schusswaffe sehr gut so wen nehmen wir denn mal wir haben ja einen männlichen berater man jedes Krümel haben wir braucht man mal jemanden dann weiß man fällt einem keiner ein aber wir haben so viele vielleicht ist es auch das ach wir nehmen einfach mal Ilka Hallo Ilka Ilka ist zwar schon 52 aber das wird schon gut so dann teilen wir ihn auch direkt mal ein was kann er denn Bauarbeiter Landwirtschaft hätte ich gerne noch leider nicht Handwerker ja komm wir machen erstmal alles an also er ist kein Träger und kein Reiniger so gucken wir ob er von alleine irgendeinen Job macht ich glaube er ist jetzt jagen gegangen das höre ich nämlich die Schüsse sind zu schnell ja aber ich glaube das bringt nichts wenn die schlafen ja schießt man irgendwie vorbei warum das so ist keine Ahnung kann er nähen nee er kann aber bauen aber keine Materialien gut so dann gucken wir mal weiter ach so ich wollte ja hier ich glaube ich mache für ihn hier noch einen Raum er muss jetzt so wie es aussieht da mit schlafen ja machen wir da noch einen Raum hin ja man sieht dass ja es ist vom Spielen her das einfach ein bisschen chilliger man braucht sich keine Sorgen machen um irgendwelche ich meine muss man auch aber nicht so wie wie halt im schwereren Modus und deswegen hat man da etwas ja chilliger man kann ein bisschen gemütlicher spielen für manche vielleicht langweilig ich finde es entspannter wenn man nicht die ganze Zeit nur unter Strom steht so jetzt dürfte es klappen jetzt muss es wach sein ja jetzt genau es wird ein bisschen Fleisch herangeholt dann wird es Essen gemacht oh wir brauchen ganz dringend Essen also noch mehr jagen gehen also nein meine Schweine werde ich definitiv nicht ich habe es doch angeklickt meine Schweine werde ich definitiv nicht schlachten was doch ja irgendwie so jetzt war es eine Kleidung ja die Min arbeitet schon dran das Risiko Nervenzusammenbruch wie machen wir das mal ich glaube da holen wir beim nächsten Mal noch ein bisschen was ich glaube das hilft immer so ein bisschen das machen die auch von alleine ich glaube die Karawane ist schon weitergezogen super ist zwar nicht gerade die beste Qualität aber immerhin und das wurde sich schon angezogen super wenig Medizin ja logisch ich habe keinen der wir könnten die Sonne da wieder hinbringen aber wird uns nicht viel, viel bringen wir haben keinen der das anbauen kann wir machen es jetzt einfach von überall Begeber und machen hier die Bäume weg Holz hacken ah hier die haben ja nicht den toten Trutern roh gegessen oh man super ja aber die Tiere haben auch Hunger so jetzt wird da das Fleisch und er isst es sofort oh nee gut noch mehr jagen gehen kann ich natürlich nicht zu wenn sie Tiere roh essen anstatt daraus eine Mahlzeit zu machen so gut ich würde dann hier jetzt auch mal wieder Schluss machen für heute ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen ist jetzt nicht so viel los gewesen und ich würde mich freuen wenn ihr morgen wieder dabei seid also bis dahin ciao 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 ciao